Jesus sprach, es ist vollbracht und neigt es ein Haupt und Verschied. Heute am Karfreitag ist alles getan für Jesus. Geboren als Mensch, gelebt für die anderen, gelitten, gekreuzigt und begraben. So ist Gott bei uns, so ist Gott für uns. An sein Leiden denken wir, aus seiner Liebe leben wir, in seine Zukunft gehen wir. So sind wir da, sind versammelt, an unterschiedlichen Orten, vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeiten, im Glauben, im Angst haben, im Hoffnung haben, vereint. Wir feiern in Gottes Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören Berichte zur Kreuzigung, wie sie Matthäus, Lukas und Markus aufgeschrieben haben. Wir gehen den Weg bis ins kleinste Detail mit bis zum Ende. Wir haben die Texte vor Augen und im Ohr und wir vertrauen auf ihre Kraft. Dabei denken wir an unsere eigenen Lasten, an unsere eigenen Stolpersteine im Leben, an unser eigenes Leben und Leiden. Denken an die Kreuzwege ungezählter Menschen in Vergangenheit und in Gegenwart. Denken aber besonders auch daran, ja, an den einen, der mehr kann, als wir sehen und der uns in jedem Leiden beisteht, weil er selbst gelitten hat. So stärke uns der Herr, sein Leiden zu bedenken. Ich bete. Bruder Jesus, hier wird die Schuld aufgeladen. Du nimmst sie auf dich, weichst nicht aus. Auch wenn du um einen anderen Weg gebeten hast, sammelst du im Garten deine kleine Kraft zusammen. Karfreitag erinnert uns an dich. Du wirst verhöhnt, verurteilt, du schweigst, du schreist. Karfreitag erzählt uns von dir. Du trägst dein Kreuz nach Golgatha. Ein Stück wird es dir getragen. Der Himmel ist dir nah. Du weichst nicht aus, auch wenn du um einen anderen Weg gebeten hast. Karfreitag erzählt uns von uns, von der Angst und dem Schmerz, von der Not und der Ausweglosigkeit, von der Schuld und der Sprachlosigkeit. Karfreitag erinnert uns an uns, was wir verloren haben, was wir schuldig geblieben sind, was unerfüllt geblieben ist. All das hast du mitgenommen. Unser Schwarz trägst du hinauf nach Golgatha, um mit ihm zu sterben. Du nimmst ihn, unseren dunklen Teil, mit dir, mit hinein in deinen Tod. Amen. Holzt auf Jesus' Schulter von der Welt verflucht. Fahrt zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kühl dir aneis und sie, wohin wir gehen. Ruf uns aus, die Toten, lass uns auch erstehen. Jesus vor dem Hohen Rat Und sie führten Jesus zu dem Hohen Priester, und es versammelten sich alle Hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten. Aber die Hohen Priester und der ganze Hohen Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tode brächten und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und der Hohen Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohen Priester abermals und sprach zu ihm, Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's, und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohen Priester seine Kleider und sprach, Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört, was ist euer Urteil? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Jesu Verurteilung durch Pilatus Und die ganze Versammlung stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen. Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach, Bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach, Du sagst es. Pilatus sprach zu den Hohen Priestern und zum Volk, Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen, Er wiegelt das Volk auf, damit das er lehrt, hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Und Pilatus sprach zu ihnen, Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, derentwegen ihr ihn anklagt. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Sie riefen aber, Kreuzige, kreuzige ihn! Er aber sagte, Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, Lass ihn kreuzigen! Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, Ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu? Da antwortete das ganze Volk und sprach, Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Es war ein solcher Urteil hat gesprochen. Was ist die Schuld? Was für Misseltaten? Bist du geraten? Verspottung Dann nahmen die Soldaten des Stadthalters Jesus mit sich in das Praetorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn, und zogen ihn aus und legten ihm einen Pupurmantel an, und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt, und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, Gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spiehen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Kreuzigung und die zwei Räuber Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu, aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Seh ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erden, ein Ärgernis und eine Torheit Erden, so seist auch mir trotz allen Fächensportes die Weisheit Gottes. Jesu Tod und Grablegung Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama Asaftani, das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, Halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied sprach, Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen, die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht, von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz zerbricht, wenn dein Haupt will erwassen im letzten Todesstoß, als dann will ich dich fassen in meinen Ach und Schoß. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott, für alle, die gekreuzigt wurden wie dein Sohn, für alle Menschen, die von dir verlassen sind, bitten wir dich. Für alle, die ihr Schicksal nicht ertragen, für die Leidenden und jene, die weder Sinn noch Ausweg sehen. Für alle, die widersetzlich sind oder abgestumpft oder gelähmt. Für jene, die verbissen und verärgert, bitter und zynisch sind, mach sie gütig, öffne ihnen wieder die Augen für das Gute, das den Menschen möglich ist, für deine Schöpfung und deine Zukunft. Für alle, denen misstraut wird, die leben unter dem Druck von Verdächtigungen und Verleumdung. Für jene, deren Selbstvertrauen untergraben wird durch das harte Urteil der anderen. Für alle, denen kein Verständnis begegnet, kein Wort, das sie heilt, kein Mensch, der sie annimmt. Für alle Gehemmten und Ängstlichen, deren Gewissen verkrampft und unfrei ist. Für alle, die in Spannung und Unruhe leben, die unsicher sind und keinen Rat mehr wissen. Für die Opfer der Korruption und Erpressung. Für alle, die im Ringen düsterer Götter und Mächte niedergetreten werden. Dass sie in ihrer Wehrlosigkeit Jesus deinem Sohn gleichen mögen, der in den Händen der Menschen wehrlos gewesen ist. Für alle, die mit Unrecht leben müssen, die eingebaut sind in ein unmenschliches System und ihm nicht entkommen können. Für die Soldaten an der Front, die gegen ihren Willen und ihr Gewissen gezwungen sind, zu kämpfen und zu töten. Für alle, die Krieg wollen und Zwietracht säen. Für jene, die aus der Vernichtung anderer ihr Geld machen. Für die Vergifteten und Gefährlichen um Befreiung aus ihrer Unmenschlichkeit und um Vergebung bitten wir. Für alle, die mutlos werden im Anblick des Bösen in dieser Welt. Aber auch für die Zuversichtlichen, die Kraft ausstrahlen und Freundschaft geben können, dass sie standhaft bleiben in der Prüfung und unter uns nie fehlen. Wir bitten dich für alle Unscheinbaren, denen Gestalt und Schönheit abgeht. Für jene, die nicht mehr mitkommen können. Für die unglücklich geborenen Kinder. Für die Gestörten und Behinderten. Für die unheilbar Kranken. Wir bitten dich, lass uns den Sinn entdecken, den ihr Dasein hat in dieser Welt. Wir wissen nicht, was kommt, Gott. Aber du weißt, was wir bedürfen, ehe wir dich bitten. Darum beten wir, wie Jesus es uns gezeigt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleib nicht stehen auf Golgatha, bleib nicht hängen am Grab. Geh heim, der Spur der Erinnerung entlang, dem Klang dir zugesprochener Worte. Geh heim, wo alles beginnt, in dein eigenes Herz, da wirst du ihm begegnen, dem Gekreuzigten. Wie es ist, bleibt es nicht. Lasst uns gehen im Frieden. Gott segne und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.